Es sind dunkle Zeiten. Schwarze Reiter bedrohen sogar das Auenland. Die Gemeinschaft beginnt ihre Reise in Richtung Osten. Aber nun erhebt sich eine neue Bedrohung im Norden. Deshalb musst du nach Norden ziehen. Zuerst nach Bre, um Aragon zu warnen. Dann nach Bruchtal, um Elrots Rat einzuholen. In das Nebelgebirge und den Düsterwald, wo sich Saurons Streitkräfte sammeln. Und während sich die Gemeinschaft durch die Tiefen von Khazad-dûm und über die Ebenen von Rohan kämpft. Führt dich dein Weg zum mächtigen Gundarbath und sogar bis Khazad-dûm. Für das Wohl Mittelerdes, möge dich die Reise zum Sieg führen. Der Herr der Ringe. Der Krieg im Norden. Werner der Rüschung durchführen. Leidenschaft geange. Der Herr der Ringe. Werner der Ringe. Vielen Dank.